Philipp Ernst von Badeleben war zuletzt preußischer Oberst und Chef des Regiments Nummer-Leben. Er war der Sohn von Christoph Georg von Badeleben, Erbherr auf Rebeck, Säbelang und Rezo, und Maria Elisabeth von der Schuenburg aus dem Haus Rebeck und Linum. Badeleben war im Jahr 1716 als Fähnrich beim Infanterieregiment Anhalt in die preußische Armee eingetreten. 1718 wurde er zum Selkon der Leutnant befördert. 1727 nach der Ernennung zum Hauptmann wechselte er aus dem Regiment Bornstedt in das Regiment Moritz von Anhalt. Badeleben sollte eigentlich im Jahre 1741 aus dem aktiven Dienst verabschiedet werden. Stattdessen wurde er 1742 als Oberst in das Regiment Rampusch versetzt. 1743 wurde er zum Regimentschef ernannt. Im Mai 1744 verstarb er in Breslau.